Hallo und herzlich willkommen zu Krikrakrex. Es gibt sie ab 0, 6, 12, 16 oder 18. Sie geben zum Beispiel an, ab wieviel Jahren man einen bestimmten Film angucken kann. Was ich meine sind Altersbeschränkungen. Wie lange dürfen Kinder ohne Begleitung eines Erwachsenen auf der Straße sein? Bis wann gilt die Schulpflicht und ab wann dürfen Kinder alleine in Gaststätten gehen? Rund um Altersbeschränkungen geht es heute bei uns und ich bin mir sicher, es wird euch interessieren. Jedes Kind ab drei Jahren hat in Deutschland ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Dieses Jahr soll es dieses Recht sogar schon ab dem ersten Lebensjahr geben. Es ist allerdings nur ein Recht, es gibt keine Pflicht auf einen Kindergartenplatz. Anders wie in der Schule, da muss man hin. Ab wann man denn in die Schule muss und bis wann man in die Schule muss, fragen wir mal genauer beim Schulamt in Donau-Eschingen nach. Normalerweise gehen Kinder in den Kindergarten von drei bis sechs. Aber heute gibt es auch schon Gruppen ab einem halben Jahr. Das heißt dann Kindergrippe. Mofa ist ein Einstiegsalter 15 Jahre. Da dürfen sie ja dann eine theoretische Prüfung machen, müssen auch in der Fahrstunde fahren und danach aber keine praktische Prüfung. Wenn sie alleine unterwegs sind, dann dürften Jugendliche, wenn sie noch keine 18 Jahre sind, bis 24 Uhr in einem Lokal sein. Aber es gibt auch Ausnahmen, dass man, wenn man ein Getränk einnimmt oder eine Mahlzeit einnimmt, zwischen 5 und 23 Uhr auch ohne Begleitung in einem Lokal sein kann. Also prinzipiell ist es so, dass Kinder unter 14 Jahren immer ins Kino dürfen bis 20 Uhr, dann bei Kindern unter 16 Jahren bis 22 Uhr und dann halt so über 16 ist dann so, beziehungsweise unter 18 Jahren bis 24 Uhr. Und wie sieht es mit dem Rauchen aus? Ja, das Rauchen, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Das Rauchen ist strikter geworden. Es ist erst ab dem 18. Lebensjahr erlaubt. Habt ihr eine Ahnung, was dieses Zeichen bedeutet? Also ich, als schlauer Rabe, weiß das natürlich. Und, falls ihr es auch wisst, was ich ja eher nicht glaube, könnt ihr beim Kri-Kra-Krex-Gewinnspielen mitmachen. Und mit etwas Glück von Logo-Klick eine Reise in den Europa-Fahrt gewinnen. Viel Glück!